Hallo du hinterm Bildschirm und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das allererste Buch, das ich 2020 gelesen habe und vielleicht könnt ihr anhand dieser super subtilen Deko hier im Hintergrund schon erahnen, um welche Autorin es sich dabei handelt. Und zwar um den neuen Thriller von Melanie Rabe. Ich hatte ja die Ehre, Melanie Rabe auf der Frankfurter Buchmesse, ich glaube 2018 war das, zu interviewen. Das Interview verlinke ich euch hier oben nochmal, das war auf jeden Fall echt cool, weil ich ein großer Fan von Melanie Rabe bin und dementsprechend war ich auch relativ gehypt auf dieses neue Buch Die Wälder. Das ist ihr mittlerweile vierter Thriller, der von ihr veröffentlicht wurde nach Die Falle, Die Wahrheit und Der Schatten. Und ich darf euch dieses Buch in Zusammenarbeit mit dem Verlag vorstellen. Zuallererst, worum geht es eigentlich? Unsere Protagonistin hier ist Nina. Ihr ehemals bester Freund Tim ist gestorben und hat ihr einen Brief hinterlassen, in dem er einen ziemlich abstrakten und waghalsigen Plan skizziert. Tims Schwester Gloria ist nämlich vor Jahren verschwunden und alle glauben zu wissen, dass ein gewisser Wolf dafür verantwortlich ist, sie getötet zu haben. Und nun soll Nina Rache nehmen an Wolf. Ihr Weg führt sie dabei direkt in den Wald, denn Tims Schwester ist damals im Wald verschwunden. Und Ninas Heimatort, in das sie zurückkehren muss, befindet sich halt auch um einen Wald herum. Anfangs, muss ich ganz ehrlich sagen, war dieses Buch und diese ganze Handlung ein bisschen schwer zugänglich. Das liegt daran, dass die Protagonistin ja wie gesagt einen Brief erhält und sich aufmacht, diesen Plan in die Tat umzusetzen. Wir als Leser aber eigentlich wirklich zu null Prozent wissen, was in diesem Brief eigentlich drin steht. Auch die Beweggründe unserer Charaktere nicht so richtig greifen können. Und das hat am Anfang dafür gesorgt, dass ich so ein bisschen neugierig war, zwar auf jeden Fall, und auf jeden Fall auch weiterlesen musste. Also das war auf jeden Fall die Pro-Seite von dem Ganzen. Auf der anderen Seite war es aber auch ein bisschen schwierig, einfach zu greifen. Und man brauchte schon einiges, um wirklich zu verstehen, was hier eigentlich gerade abgeht und sich auch darauf einzulassen. Außerdem hatte ich ein bisschen Probleme mit den Namen der Protagonistin, vor allen Dingen mit dem Namen Gloria. Da musste ich nämlich immer direkt an Modern Family denken. Yay! 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 Oder aber auch in den 80er-Jahres-Songs. Gloria, Gloria, I think I got your number. Also alles in allem hatte ich so ein paar kleinere Problemchen mit den Charakteren, ihren Beweggründen und einfach auch dem generellen Aufbau dieser ganzen Handlung hier. Wenn das Buch dann aber erstmal in Fahrt kommt und Melanie Rabe schon wieder das auspackt, was sie wirklich gut kann, dann ist dieses Buch hier ein Hit. Melanie Rabe kann einfach sehr, sehr gut Kammerspiele schreiben. Und es gibt auch in diesem Buch hier wieder viele, viele Kapitel und Situationen, die einfach nur darauf beruhen und damit spielen, dass zwei Leute in einem Auto sitzen oder zwei Leute in einem Raum sitzen und sich einfach unterhalten. Und das wird von ihr so unfassbar spannend geschildert, weil diese Frau einfach Dialoge schreiben kann. Holla die Waldfee. Und wie diese ganze Situation dann weitergesponnen wird in den verschiedenen Kapiteln und durch die ganzen Cliffhanger und durch einfach die Taten der Charaktere, die wirklich auch relativ unvorhersehbar waren, hat dieses Buch dann wirklich eine unfassbare Sogwirkung auf mich ausgeübt. Was den Lesefluss so ein bisschen gestört hat für mich, war der Wechsel zwischen der Gegenwart und der Vergangenheit. Immer mal eingestreut sind nämlich Kapitel, die auch in einem anderen Font geschrieben wurden, wo wir zunächst auch gar nicht wissen, was diese Kapitel eigentlich wirklich sollen. Schnell finden wir aber heraus, dass es dabei irgendwelche Rückblenden sind, in welcher Form auch immer. Ja, diese haben natürlich am Ende ihr Übriges beigetragen zur Story und waren auf jeden Fall auch komplett notwendig für die größeren Themen in diesem Buch sozusagen. Aber sie haben mich doch auch ein bisschen im Lesefluss gestört, weil ich halt eigentlich wissen wollte, wie die Haupthandlung weitergeht und dann aber immer wieder in diese Kapitel mich irgendwie reindenken musste. Und ich fand auch einfach, dass diese Kapitel bei weitem nicht so spannend waren, wie die eigentliche Gegenwartshandlung. Das ist auch irgendwie so ein bisschen so ein Trend in letzter Zeit, habe ich das Gefühl, dass solche Art von Thrillern immer mit so zwei Handlungssträngen arbeiten, die sehr, sehr ineinander verworren sind, man dem Leser aber eigentlich bis zum Schluss nicht richtig auflöst, was er da eigentlich gerade liest. Das habe ich immer öfter jetzt schon beobachtet bei solchen Thrillern. Das ist ein Trend, der mir nicht unbedingt so richtig gut gefällt. Hier in dem Buch war es noch auf jeden Fall okay, aber ich hätte auch ohne diesen Handlungsstrang leben können, sage ich ganz ehrlich. Nichtsdestotrotz hat sich dann zum Ende des Buches hin auch wieder herauskristallisiert, was eigentlich die Handschrift von Melanie Rabe ist. Und das Coole an ihren Büchern ist einfach, dass es nicht nur gewöhnliche Thriller sind, die einfach nur unterhalten wollen, die teilweise ein bisschen hirnrissig sind, wie es zum Beispiel bei Sebastian Fitzek der Fall ist, sondern ihre Geschichten haben immer einen gewissen Hauch von Anspruch noch mit drin. Also das Ganze wird angereichert mit so literarisch wertvollen Themen. Und das ist etwas, was ihre Thriller gleichzeitig auflockert, aber auch aus der Masse hervorstechen lässt. Das ist aber wiederum, glaube ich, auch der Grund, warum sich die Geister so ein bisschen und die Gemüter so ein bisschen scheiden an den Werken von Melanie Rabe. Da habe ich hier bei YouTube auf jeden Fall schon sehr, sehr unterschiedliche Meinungen zugehört. Alles in allem funktioniert das aber doch wirklich sehr, sehr gut in diesem Buch. Die Wälder ist wieder ein Roman, den man auf jeden Fall liebt, wenn man einfach diese typische Handschrift von Melanie Rabe auch mag. Und dazu gehöre ich auf jeden Fall. Es war auf jeden Fall nicht ihr bestes Buch. Das ist meiner Meinung nach bisher die Wahrheit. Es ist aber auch bei Weitem nicht ihr schlechtestes. Also es ist wirklich ein solider Thriller, dem ich 3,5 oder 4 Sterne geben würde. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich mit diesem Buch hier in mein Lesejahr 2020 gestartet bin. Jetzt seid ihr an der Reihe. Schreibt mir doch mal gerne unten einen Kommentar, mit welchem Buch ihr denn eigentlich ins Jahr 2020 gestartet seid. Ansonsten schaut auch noch mal bei Instagram vorbei. Da gibt es auch noch so ein bisschen was zu diesem Buch hier. Und auch sonst werdet ihr da immer up to date gehalten. Jetzt sage ich erstmal wieder danke fürs Zuhören, danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal und ciao.